Heute schauen wir uns an neue Berichte zu der Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy, die besagen, dass sie entgegen vieler anderer bisheriger Artikel und Berichte durchaus ihren Vertrag verlängern wird. Gründe dafür werden auch genannt, das schauen wir uns heute mal an, und ebenso die kommende Ahsoka-Serie, was Sabine Wren vor allem betrifft. Und dann schauen wir uns auch Berichte zu einer angeblich geplanten neuen Sequel-Serie an, in der ein bestimmter Charakter im Zentrum stehen wird. Kommen wir zunächst zur Ahsoka-Serie, dazu haben wir zum Beispiel den Artikel von Comic Book Movie, der schreibt, Star Wars Rebels Fan-Favorit Sabine Wren soll laut Gerichten den Sprung in den Live-Action-Bereich machen und zusammen mit Ahsoka in der gleichnamigen Serie auftreten. Und nun haben wir die Bestätigung, dass Lucasfilm nach einer Schauspielerin für die Rolle sucht. Die Bestätigung kam übrigens durch den Hollywood Reporter. Und jetzt haben wir noch die Quelle John Mason, der eine solide Quelle für Star Wars Leagues in der Vergangenheit war, so steht es ja auch. Und auf Twitter verkündet er halt, dass angeblich die Suche nach der passenden Besetzung eingeengt wurde auf drei Kandidaten aller asiatischen Ursprungs. Da wäre einmal Lana Condor, dann Teddy Gabriel und Havanna Rose Liu. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare ballern, wen ihr davon am geeignetsten findet. Ich persönlich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie wenig es Lucasfilm anscheinend juckt, die Schauspieler an das Aussehen der Charaktere anzupassen. Das ist ja auch jetzt nichts Persönliches, ich kenne die auch gar nicht. Aber Leute, ich muss schon wirklich sagen, gerade das Model, also zum Beispiel diese Havanna, die sieht einfach null aus wie Sabine. Bei dieser Lana Condor meint John Mason, dass es auch gut sein könnte, dass sie keine Zeit hat, weil die bei irgendeiner Comedy-Show von Hulu mitmacht. Und am ehesten würde ich sagen, passt dann halt diese Teddy Gabriel. Wobei auch die, finde ich, nicht gerade vom Aussehen her ein Volltreffer ist, gerade so bei so viel Auswahl. Ich meine, ich kenne ja jetzt nicht alle potenziellen Kandidaten in Hollywood, die den Job übernehmen könnten. Daisy Ridley kannte ich ja beispielsweise auch vorher nicht, bevor sie halt Rey verkörperte. Also es gibt immer auch die Unbekannten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Aber naja, was sagt ihr? Ich finde, vielleicht man könnte auch sogar noch, ja, die Synchronsprecherin dann in Betracht ziehen. Die hat ja auch gesagt, dass sie dazu bereit wäre. Für mich sieht Sabine aber auch gar nicht so ostasiatisch aus, sondern halt eher so was, ja, Latina-mäßiges oder vielleicht orientalisches. Aber naja, scheinbar wird es einer von diesen dreien, laut Jordan Mason und Adam Frazier. Als nächstes schauen wir uns mal einen deutschen Bericht von Filmstarts an. Der Umgang mit dem Ex-Sturmtruppler Finn in den Star Wars Sequels stieß auf viel Kritik und auch Schauspieler John Boyega teilte deswegen öffentlich gegen Disney aus. Nun gibt es aber erneut das Gerücht, dass an einer Finn-Serie gearbeitet wird. In Star Wars 7, das Erwachen der Macht, wurde der zum Widerstand übergelaufene Ex-Sturmtruppler Finn als Hauptfigur der neuen Trilogie in Stellung gebracht. In Star Wars 8 und in Star Wars 9 aber wird Finn dann zu einer Nebenfigur im Vergleich zu Heldin Rey. Das störte neben einigen ZuschauerInnen auch John Boyega selbst, der nach seinen Promo-Verpflichtungen ungewöhnliche Kritik an Disney-Konzern übte, zu dem die Star Wars-Schmiede Lucasfilm gehört. Ich würde Disney sagen, bringt keine schwarze Figur heraus, vermarktet sie, als wäre sie viel wichtiger im Franchise, als sie ist und drängt sie dann an die Seite, sagte Boyega dem Magazin GQ. Allerdings hatte Boyega anschließend ein Telefonat mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und zeigte sich einer Rückkehr ins Star Wars-Universum gegenüber offen. Dazu passt nun das Gerücht der Seite That Hashtag Show, wonach intern an einer Finn-Serie für Disney Plus gearbeitet werde. That Hashtag Show konnte in der Vergangenheit mit einigen zutreffenden Gerüchten die Hauptfälligkeit gewinnen und die Arbeit an einer Finn-Serie, über die es übrigens bereits Anfang 2019 ein Gerücht gab, erscheint ohnehin komplett plausibel. Schließlich gibt es in Fins Biografie noch viele Lücken zu füllen und gleichzeitig könnte der Figur damit eine Bühne bereitet werden, die in den Film verwehrt blieb. That Hashtag Show will erfahren haben, dass Finn dabei erneut von John Boyega gespielt wird und sowohl die Vergangenheit vor dem Film als auch die Zukunft nach dem Film beleuchtet werden. Wir werden demnach sehen, wie Finn überhaupt als eines von vielen entführten Kindern zu den Sturmtruppen der Ersten Ordnung kam und wie es mit ihm weitergeht, nachdem der Imperator in Star Wars 9 an seinem neuen Imperium untergegangen ist. Vergangenheit und Zukunft sollen durch denselben Bösewicht verknüpft werden. J.D. Dillard und Matt Owens sollen die kreativen Köpfe hinter der Finn-Serie sein. Zuvor war bekannt geworden, dass die beiden an einem unbekannten Star Wars Film arbeiten, dessen Konzept nun zur Serie umgemodelt werden soll. Dieser Schritt wäre nicht neu. So wurde lange an einem Film über Ewan McGregors Fanliebling Obi-Wan gearbeitet, bis das Vorhaben beendet und stattdessen eine Serie in Angriff genommen wurde, die zwei neue Drehbücher hat, bestimmt jedoch das eine oder andere vom Filmkonzept übernimmt. Star Wars Obi-Wan Kenobi startet 2022 auf Disney+, bis zur Finn-Serie dürfte es allerdings noch länger dauern und auch sowieso ist das nächste Jahr schon voll genug mit neuen Star Wars Serien auf Disney+, zu denen auch Endor und voraussichtlich die dritte Staffel The Mandalorian zählen. Ja, also sehe ich genauso mit den Serien. Es wurde schon echt viel angekündigt. Also man sollte sich erstmal auf diese konzentrieren. Aber generell finde ich, dass es mit diesen Sequels einfach mal... Ja, man sollte es einfach mal mit diesen Sequels lassen, Digga. Episode 9 ist auch nicht beliebt. Und Teil davon ist auch Fins verkackte Story. Aber auch sowas wie Palpatine, der einfach ohne Erklärung wieder im Film dabei ist. Und genau sowas stört mich vor allem an den Sequels. Das sind jetzt keine alleinstehenden Filme, die man halt mögen kann oder eher nicht, sondern die haben halt so einen negativen, rückwirkenden Einfluss auf vor allem die Original-Trilogie. Also gerade das mit Palpatine, wo man sich dann fragt und was war jetzt der Sinn des Auserwählten, der das ultimative Böse beseitigt. Denn eins ist sicher, dass Ray Palpatine nicht die Auserwählte ist. Und gerade so Dinger, die dann auch noch versuchen, irgendwas im Nachhinein noch hinzuzufügen, wie dieser eine Comic, über den ich ein ganzes Video gemacht habe. Checkt ab, ich verlinke es euch im angepinnen Kommentar, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Der hat die Original-Trilogie nochmal extra mit Füßen getreten, weil wenn man genau hinschaut, dann macht er vieles innerhalb der Original-Trilogie unlogisch. Und so hilft es da, nur diesen Comic zu ignorieren. Und ich finde, man sollte es jetzt auch mal mit den Serien dann lassen. Man hat Fins Potenzial einfach, ja, überhaupt nicht genutzt. Man braucht jetzt auch nicht im Nachhinein noch was dazu dichten, sondern ganz ehrlich, man sollte sich einfach auf andere Bereiche konzentrieren und vielleicht mal auf andere Ehren innerhalb der Star Wars Galaxie. Aber apropos Sequels, kommen wir jetzt doch mal zu den Berichten bezüglich Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy. Nachdem es von verschiedenen Quellen einige Berichte gab, dass Kathleen Kennedy ihren Vertrag nicht mehr erneuern wird, der jetzt im Oktober ausläuft, nach kritischen Artikeln sogar aus dem Mainstream bezüglich Disney und Kennedy, ohne dass dort jetzt ihr Name genannt wurde, aber klar wurde, wer gemeint ist, kam es jetzt doch zu einer Quelle, die halt das Gegenteil behauptet, nämlich, dass Disney plant, Kennedys Vertrag im Oktober zu erneuern. Midnight's Edge hat bereits darüber berichtet und die Quelle ist Geekosity, die auch in der Vergangenheit schon wohl richtig lag. Es werden jetzt zwei Hauptgründe genannt, warum Disney sich so entscheiden wird. laut Bericht und die schauen wir uns jetzt mal an und dann sage ich noch was dazu. Der erste Grund ist, dass die Sequel-Trilogie mit jedem Film mindestens eine Milliarde Dollar gemacht hat und dass angeblich trotz der Umstrittenheit dieser Filme genug Geld bei rumkam und darauf kommt es ja Disney an. Der zweite Grund ist, dass Kennedy die ganze Anerkennung für den massiven Erfolg von Disney+, hauptsächlich ja Mandalorian, bekommt. Weiterhin steht da, natürlich sind von kreativer Seite aus Jean Favreau und Dave Filoni für den Erfolg verantwortlich, allerdings war das eben unter der Leitung von Lucasfilm-Präsidentin, von der Lucasfilm-Präsidentin. Also, ja, der Film wurde ja nicht von ihr geleitet, aber sie ist halt die Präsidentin. Dann gibt es aber noch einen dritten Grund und der wäre, dass angeblich Bob Iger und der aktuelle CEO Bob Chapek, Kathleen Kennedy, in ihrer Rolle unterstützen. Sie wird also angeblich denselben Einfluss haben wie vorher auch. Doch dann heißt es im nächsten Satz wiederum, dass die Disney-Plus-Projekte größtenteils unter der Supervision, also Aufsicht von Dave Filoni und Jean Favreau sind. Angeblich ist also der einzige Weg, wie Kathleen Kennedy weg vom Fenster wäre, wenn sie selber zurücktritt. Ja, also, lasst uns erstmal über diese Gründe mal reden. Also Grund 1 erstmal zum Hintergrund. Episode 7 hat 2,06 Milliarden Umsatz gemacht, Episode 8 1,3 Milliarden und Episode 9 1,07 Milliarden Dollar. Das ist eigentlich kein Grund zur Freude, denn das Potenzial wäre gewesen, dass man durchaus mehr oder weniger bei 2 Milliarden Umsatz bleibt. Also das setzt aber natürlich voraus, dass die Filme auch an George Lucas Star Wars erinnern und eben diese Qualität auch aufweisen. Klar, vielleicht würden sie ein bisschen weniger Geld in die Kassen rein spülen, also mit Episode 8 und 9, aber das ist dann kaum der Rede wert, weil das wäre dann einfach, weil mit Episode 7 nach 10 Jahren endlich mal wieder ein Star Wars Film kam und so weiter. Also der anfängliche Enthusiasmus und so. Aber ich persönlich habe zum Beispiel auch offline noch keine Person getroffen, die gesagt hat, yo, ich feiere die Star Wars Sequels. Und das ist ja schon mal schnell Thema bei mir, wenn ich mich mit irgendeinem neuen unterhalte, da ich ja regelmäßig Videos zu Star Wars mache und das halt schnell Thema wird, aber wenn ich deswegen gefragt werde und wenn man dann zum Beispiel Star Wars Theory massive, Star Wars Theories massive Umfrage bedenkt, wo ja circa 600.000 Leute abgestimmt haben, ob sie denn die Sequels mögen und dann halt nur 25% mit Ja antworten. Also das ist schon ein Indikator, muss man einfach mal sagen. Insofern, man kann jetzt ewig darüber reden, ich kann noch 50 weitere Aspekte nennen, aber die Zahlen sind einfach kein legitimer Grund bei so einem gigantischen Franchise wie Star Wars und ich garantiere euch, wenn man zum Beispiel die Entwürfe von George Lucas ausgebaut hätte und vernünftig umgesetzt hätte, die hätten deutlich mehr Revenue gebracht. Ebenso, was den zweiten Grund betrifft, also da könnt ihr euch sicher sein, das geht nicht auf die Kappe von Kathleen Kennedy. Jean Favreau kam mit der Idee zu Lucasfilm und natürlich unter der Präsidentschaft von Kathleen Kennedy hat er sich dann mit Filoni zusammengetan. Allerdings, was die kreative Seite betrifft, geht das voll und ganz an die kreativen Mitwirkenden und das sind halt vor allem die beiden genannten und natürlich deren Team. Und klar, es kann natürlich sein, dass Kennedy genau da bleibt, wo sie ist, was mit Sicherheit für Aufruhe sorgen wird, wenn man sich mal das Stimmungsbild im internationalen Raum anschaut. Aber was eben auch sein kann, ist, dass sie, wie schon angedeutet wird, eben nicht mehr so viel Einfluss haben wird, vielleicht eher auf sowas wie High Republic oder The Acolyte oder so, aber nicht mehr auf die Filoni und Favreau-Projekte. Das kann ich mir schon eher vorstellen, als dass sie komplett geht. Das würde natürlich aber dann nicht so kommuniziert werden, denn das ist eben das Show-Business. Also die werden alles perfekt und harmonisch darstellen, als wäre nichts gelaufen in den letzten Jahren, keine Umstrittenheit und so weiter. Und ganz sicher werden die nicht sowas sagen wie, ja, also weil das nicht so lief mit Kennedy, haben wir jetzt die Kontrolle zu Favreau-Projekteis verlagert. Das wird ganz sicher nicht so kommuniziert werden. Das, was nach außen kommuniziert wird, ja, ist immer eine andere Geschichte, als das, was privat hinter verschlossenen Türen abgeht. Nun gab es aber halt auch gewisse Berichte, dass angeblich Kennedys Vertrag als Lucasfilm-Präsidentin gar nicht verlängert wird. Und warum das angeblich der Fall wird, das schauen wir uns in diesem Video hier an. Also da hört ihr nochmal die Gegenseite. Dafür einfach auf das Video im Abspann klicken.